Wir sind hier mit Nathalie verabredet, eine junge Frau, die von sich sagt, sie sei sexsüchtig und sich dazu ganz freimütig bekennt. Als Gangbang-Girl, als Frau, die mit vielen Männern gleichzeitig Sex hat, machte sie auf sich aufmerksam. Ich habe meiner Freundin gewettet, dass ich in zwölf Stunden mehr in Ländervika als Sie. Dann sind wir ins Pauschal gegangen, haben angefragt, dass wir das da machen können. Wir sind alle per Du, okay? Ja, da war alles kein Problem und dann haben wir die Wette dort im Haus gemacht. 100 Männer an einem Tag. Damit schaffte sie es auf die Titelseite der Bild-Zeitung. Eine Art Karrierestart. Denn mit dieser obszönen Wette will sie sich demnächst nochmal präsentieren, vor der Kamera eines Pornoproduzenten. Ich bin wirklich süchtig nach diesem Gefühl beim Sex. Das ist einfach dieses Gefühl. Und nach diesem bin ich einfach süchtig. Wirklich Sucht? Oder ist sie nur scharf auf eine Karriere als Pornosternchen? Ab zwölf Mann wird es interessant. Unersättlich, so präsentiert sie sich hier. Mal gucken, was kommt. So ist, glaube ich, ganz gut. Wir treffen eine weitere Frau, die von sich sagt, ich bin sexsüchtig. Sie ist zu einem Interview bereit, allerdings anonym. Die Begegnung mit ihr gibt uns eine andere Vorstellung von Sexsucht. Im Gegensatz zu Nathalie leidet diese Frau offenbar wirklich, empfindet ihren zwanghaften Drang nach sexueller Betätigung als quälend. Sexsucht hat bei Susanne nichts mit zur Schaustellung zu tun. Es habe ganz harmlos angefangen, erzählt sie. Mit Flirtlines, Telefonkontakten. Dabei sei sie an einen Mann geraten, mit dem sie erotische Fantasien ausgetauscht habe. Ganz allmählich habe sie gespürt, wie sie von diesen intimen Momenten am Telefon immer mehr haben wollte. Wie sie von dem Telefonpartner immer abhängiger wurde. Wie sie nicht mehr vom Telefon weggekommen sei. Fünf bis sechs Stunden täglich, über Monate. Dass man danach süchtig werden kann, konnten wir anfangs kaum glauben. Durch diese große Distanz ist ganz arg viel Nähe möglich gewesen. Ich habe das auch nie geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hätte, Telefonsex kann abhängig machen. Ich hätte gesagt, du hast einen an der Klatsche. Aber dadurch war alles möglich. Keine Verurteilung wegen dem Äußeren, keine Verurteilung wegen des Charakters. Und ich konnte mit dem Mann eben durchs Telefon, dadurch, dass er mir eben nicht in die Augen guckt, anders mit Fantasien umgehen. Es war wirklich schlimm. Morgens beim Aufwachen der erste Gedanke, abends beim ins Bett gehen der letzte. Die Liebe, die ich gebraucht habe, die habe ich nicht bekommen. Sexualität, das ist vermeintlich. Und sich darüber zu nähern. Zurück zu Nathalie. Sie hofft auf viele Männer, die ihr Flugblatt einschnecken. Eine Einladung zu einer sogenannten Gangbang-Party. Nathalie ist arbeitslos. Ein Job in der Pornobranche, wie ihn diese Models haben, das käme ihr durchaus gelegen. Alle hier spielen von Berufs wegen mit dem Klischee vom unersättlichen Hunger nach körperlicher Nähe. Und die Pornoindustrie vermarktet dies gnadenlos. Kein Problem, das komme ihrer Neigung entgegen, sagt Nathalie. Also warum nicht damit Geld verdienen? Vorstellen könnte ich es mir schon, aber auch nur dann, wenn wirklich ein gutes Angebot kommt. Und es sich dann auch wirklich, wo man sagt, da kann man lange mit zusammenarbeiten. Nathalie hat eine kleine Tochter. Alles kein Problem für sie. Meine richtigen Freunde stehen zu mir nach wie vor. Die wissen, was ich mache, die können damit recht gut umgehen. Die wissen auch genau, dass ich zu Hause einfach nur ich und Mama bin. Und hier bin ich nun mal das, was ich in mir drin bin, einfach um Spaß zu haben. Spaß haben an anonymem Fließbandsex? Verstehen können wir das nicht. Gut, zu den Perversen stehe ich. Das ist einfach mein Typ. Ich möchte meine Gedanken und Fantasien auch auslegen. Und wenn die pervers sind, ja gut, für den einen ist es pervers, für den anderen wiederum nicht. Extreme Fantasien, die gibt es auch bei Susanne, erzählt sie uns. Am Telefon, viele Stunden am Tag. Sie driftet ab. Ihre Kinder merken das täglich. Sie möchte aufhören damit, schafft es aber nicht. Sämtliche Lebensbereiche leiden darunter. Ich konnte die Blicke nicht mehr ertragen. Die vorwurfsvollen Blicke meiner Kinder. Ich konnte mein Umfeld nicht mehr ertragen. Ich konnte mich selber nicht mehr ertragen. Ich habe in den Spiegel geschaut. Und das wollte ich nicht sein. Was ich da abgebe. Ich war wirklich kurz so, vom Gefühl her, kurz vorm Wahnsinnigwerden. Ich habe Tag und Nacht an nichts anderes mehr gedacht. Was drumherum passiert ist, war egal. Ich habe meinen Haushalt schleifen lassen. Ich habe kein Gehör mehr gehabt für meine Kinder und ihren Sorgen. Ich habe zwar zugehört, aber ich habe nichts mehr wahrgenommen. Irgendwo die Gier, die treibt einen in den Wahnsinn. Wenn man sich einmal selber so tief gespürt hat, dann will man keinen Kompromiss mehr machen. Da geht man nicht mehr zurück. Sexsuchthilfe.de Das ist das Internetforum, das Susanne in ihrer Krise geholfen hat. Mit niemandem konnte sie über ihr Problem sprechen. Außer in der Anonymität des Internets. Das geht auch vielen anderen so. Bis zu 300.000 Mal wird die Seite im Monat aufgerufen. Die, die im Forum von Tina S. und Thorsten N. um Rat fragen, kommen aus allen Schichten und Berufsgruppen. Eine der Fragen, die immer und immer wieder gestellt wird, bin ich süchtig. Und doch, Sexsucht, das ist etwas, worüber andere gerne Witze machen. Das haben wir im Laufe der Dreharbeiten immer wieder mitbekommen. Auch eine häufige Frage, die bei uns ist, werde ich hier ernst genommen. Ich habe eine ganz merkt, ich empfinde etwas ganz komisches. Und dann fangen viele an zu erzählen. Und beim Erzählen stellt sich dann raus, dass sie exzessiv Selbstbefriedigung betreiben. Sich um nichts anderes mehr kümmern, sogar am Arbeitsplatz. Viele haben, einige haben ihren Job verloren. Es gibt Beziehungen, die auseinanderbrechen. Es schreiben aber nicht nur Betroffene. Wir haben auch ganz viele Partner, die schreiben, seien es Frauen und seien es Männer, die einfach nicht mit dem, was gerade in ihrer Beziehung oder mit ihrem Partner passiert, umgehen können. Und einfach dann nachfragen, was ist das, was da gerade passiert? Dieses Gefühl von, du bist nicht alleine und wir hören dir zu, wir lachen dich auch nicht aus. Das ist die größte Form der Hilfe, die wir und die einzigste Form der Hilfe, die wir anbieten können. Tina hat selbst Erfahrungen mit dem Phänomen Sexsucht, weil sie es an ihrem Ex-Mann erleben musste. Nun will sie mit ihrem neuen Lebensgefährten anderen Betroffenen helfen. Leicht ist das nicht. In manchen Dingen fühle ich mich schon mal überfordert. Und gerade dann, wenn meine schrillste Fantasie nicht mehr mitkommt. Bin ich süchtig? Ist mein Partner süchtig? Woran merke ich es? Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich betroffen sind, darüber gibt es nur Spekulationen. Ein Fachautor spricht von 500.000 Betroffenen. Andere wagen aufgrund der hohen Dunkelziffer keine Schätzungen. Auf jeden Fall scheint es Bedarf an anonymen Austausch zu diesem Thema zu geben. Etwa ein Treffen von Selbsthilfegruppen. In den vergangenen Jahren haben sich überall in Deutschland an die 100 davon gegründet. Viele davon gehören zu den anonymen Sex- und Liebessüchtigen, SLAA. Das Vorbild kommt aus den USA. Grundlage ist das Erfolgskonzept der anonymen Alkoholiker. Filmen durften wir während der Meetings nicht. Die Wahrung der Anonymität ist oberstes Gebot. Die Effektivität solcher Selbsthilfegruppen ist unter Fachleuten unumstritten. Viele halten sie für die einzige Chance, den Absprung dauerhaft zu schaffen. Zurück bei Susanne. Sie kam mit ihrer Selbsthilfegruppe nicht klar. Zunächst hat sie allein versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dann holte sie sich Hilfe bei einem Therapeuten. Die Abhängigkeit von ihrem Telefonpartner hatte sie zuletzt als zerstörerisch empfunden und den Kontakt mit ihm abgebrochen. Also diese bestimmte Sexualität habe ich versucht, durch Selbstbefriedigung alleine zu ersetzen. Und je öfter ich es versucht habe, desto dreckiger ging es mir. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, das kann es nicht sein. Ich muss gucken, dass ich meine Autonomie wiederfinde und totale Abstinenz praktiziere. Es hat weh getan, dieser Entzug, sehr weh. Und das ist jetzt über zwei Jahre her und was sich einmal da eingebrannt hat, das geht so leicht nicht mehr daraus. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon zwei Jahre auf Entzug und es ist immer noch nicht weg. Weder die extremen Gedanken, noch hin und wieder mal das Begehren, die Sexualität wieder leben zu dürfen. Aber ich weiß ganz genau, ein einziges Mal rückfällig werden und ich gehöre der Katz. Das süchtige sexuelle Verlangen. Ist es vielleicht Symptom eines umfassenderen Persönlichkeitsproblems? Gibt es überhaupt objektive Kriterien für die Diagnose Sexsucht? Wir fahren nach Berlin zur Jahrestagung der DHS, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Die Dachorganisation der meisten deutschen Suchtberatungsstellen widmet sich vor allem den klassischen stoffgebundenen Süchten. Alkohol, Nikotin und Medikamentenmissbrauch. Zum Thema Sexsucht äußert man sich hier zurückhaltend. Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Ist alles das, was es an menschlichen Verhaltensweisen gibt, kann alles süchtig entarten? Oder ist es doch eine menschliche Haltung, auf die auch mit anderen Interventionen reagiert werden muss? Das heißt also, ich bin kein Vertreter dafür, dass er sagt, alles ist Sucht. Sexsucht. So richtig klar ist sich die DHS noch nicht darüber, ob sie auch dafür zuständig ist, so unser Eindruck. Jedenfalls wird das Thema in den Jahrbüchern der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen noch nicht einmal erwähnt. Insgesamt spärlich ist in Deutschland die Forschung zu den nicht stoffgebundenen Süchten, wie Kauf, Spiel oder eben Sexsucht. Diese sind freilich auch deutlich schwerer als Forschungsgegenstand von normalem Verhalten abzugrenzen, weil sie sich nicht, wie etwa beim Drogenkonsum, in körperlicher Abhängigkeit niederschlagen. Und doch, darauf weist man uns hierhin, gibt es objektive Kriterien für Süchte, auch für Sexsucht. Man muss dieselben Kriterien anlegen, die die WHO auch an andere Abhängigkeiten anlegt. Es gibt sieben oder acht Kriterien und der Doktor kann entscheiden, wenn davon im letzten Jahr drei zugetroffen haben, dann kann ich Abhängigkeit diagnostizieren. Und das ist das Kriterium, nicht was die Presse schreibt oder nicht was jemand von sich hält, sondern hier gibt es zunächst mal harte Kriterien, die müssen abgefragt werden. Und dann natürlich die Frage, was kann ich auf der Basis dieser Kriterien an Hilfestellung anbieten. Wir müssen es objektivieren. Gemeinsam mit Nathalie wollen wir genau dieses versuchen und gehen mit ihr zur interdisziplinären Suchtforschungsgruppe an der Charité in Berlin. Hier beschäftigt man sich eingehend mit dem Phänomen Sexsucht, und zwar unter den strengen Kriterien, die die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, für die Diagnose Sucht aufgestellt hat. Ja, zu Beginn würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, um Sie anschließend bitten, diese Fragebögen auszufüllen, die Sie ein etwas objektiveres Bild über Ihre psychische Verfassung geben sollen. Und die würde ich dann anschließend gerne mit Ihnen besprechen und auswählen. Der Fragenkatalog, den Nathalie beantworten soll, entstammt einer Studie zur Sexsucht, die kürzlich hier an der Charité mit 80 Sexsüchtigen aus Selbsthilfegruppen erarbeitet wurde. Ziel war es, das Phänomen bei den Teilnehmern nachzuweisen, anhand der offiziellen Kriterien für Sucht, also unter anderem Kontrollverlust, unwiderstehliches Verlangen, Entzugserscheinungen, Vernachlässigung sozialer Aktivitäten. Auch bei Nathalie wird so untersucht, ob sich das Krankheitsbild einer Sucht abzeichnet. Das Ergebnis? Wie jetzt in dem Gespräch schon klar wurde und auch was jetzt mir die Fragebögen nochmal zeigen wird, was bei der Auswertung der Fragebögen rausgekommen ist, dann lässt sich nicht die Schlussfolgerung eines Vorliegens einer Abhängigkeit von sexuellen Verhaltensweisen. Ich denke, dass die Menge der sexuellen Betätigung, die sie betreiben, die ist schon auffällig. Und die wird auch eben zum Aufhorchen bringen und ist einfach abweichend von dem, was die meisten anderen Menschen angeben würden, an wie oft haben sie Sex und mit wie vielen Partnern vor allen Dingen haben sie Sex. Die Anzahl alleine genügt nicht für das Sprechen von einer Abhängigkeit, sondern dafür müssen noch andere Komponenten erfüllt sein. Die sind bei Nathalie einfach nicht erfüllt. Wenn Sexualität das Einzige ist, was ich als positiv erlebe und ich unglücklich oder verzweifelt bis hin zu krank bin, wenn ich keine Sexualität erleben darf, dann spreche ich von einer Sucht. Das ist ähnlich wie beim Alkohol. Aber Nathalie hat er doch selbst gesagt, ich bin süchtig nach diesem Gefühl beim Sex. Nathalie verbindet den Begriff Sexsüchtig in einem ganz anderen Zusammenhang, als wir den Begriff sexuelle Abhängigkeit verwenden würden. Natürlich sage ich, ich bin sexsüchtig, ich bin schokoladensüchtig, ich bin fernsehsüchtig oder wovon wir dann alle süchtig sein können. Wichtig ist, was hat sie damit gemeint. Und viel wichtiger ist dann die Beantwortung der Frage, wie sehr leidest du darunter oder wie sehr leiden Sie darunter und wie oft haben sie versucht, das zu verändern, es abzustellen. Ist Ihnen das gelungen? Über die psychologische Befragung hinaus versuchten die Wissenschaftler der Charité, das Phänomen bei Sexsuchtpatienten auch physisch nachzuweisen. Und zwar mithilfe eines Verfahrens, das suchttypische Hirnaktivitäten registriert. Zu diesem Zweck werden Reizbilder auf einem Monitor zugespielt. Hier geht es um Spielsucht. Ein Computer erstellt aus den Messergebnissen solche Bilder des Gehirns. Die roten Färbungen deuten auf einen Erregungszustand in dem Gehirnbereich hin, der bei Suchtverhalten aktiviert wird. Bei einem Nichtspielsüchtigen, hier links im Bild, haben die Hirnregionen nicht reagiert. Auf diesem Weg bekommt man objektive Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer Sucht. Der gleiche Ansatz nun mit Reizbildern für Sexsüchtige. Etwas Unerwartetes passiert. Es kommt auch bei Nichtsüchtigen zur Aktivität, und zwar ebenfalls in der Region, die im Gehirn für Sucht zuständig ist. Mit diesem Verfahren kommt man bei der Sexsucht offenbar nicht weiter. Ist das Phänomen Sexsucht am Ende nur ein besonders stark ausgeprägter Sexualtrieb? Zugespitzt formuliert, sind wir alle ein bisschen sexsüchtig? Trieb und Sucht sind zwei unterschiedliche Dinge. Trieb ist etwas Natürliches, Arterhaltendes, wozu Nahrungsaufnahme und auch Sexualität zählt. Also wenn man sich nicht vorstellen kann, dass etwas, was Spaß macht, auch süchtig machen kann, dann wäre doch zu bedenken zu geben, dass alle Suchtformen am Anfang erstmal Spaß gemacht haben. Um das abzulehnen, dass es Sexsucht gibt, nur weil es bislang keine, wie sagen wir, sogenannte harte Daten dazu gibt, halte ich für einen Fehler, weil die Betroffenen gibt es, und die Betroffenen erfüllen ganz klar die Kriterien einer Abhängigkeit. Ein Kriterium von Abhängigkeit, unter der Neigung Leiden, aber nicht damit aufhören können. Bei Susanne ging das bis zur Suizidgefährdung. Sexualität. Das hat so viel Macht. Und da zu verfallen, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber da drin war. Es ist immer so ein Gefühl, wie wenn sie Vollgas geben und mit dem Auto gegen die Mauer fahren wollen. Meistens habe ich es mir zwei Sekunden vorher noch überlegt. Bis heute habe ich es überlebt. Aber nochmal darf mir so eine Beziehung nicht passieren. Wenn ich meine Kinder nicht gehabt hätte, ich hätte kein Interesse daran gehabt, mich frei zu schwimmen. Und das tut auch noch weh. Sehr weh. Erst wenn man selber kapituliert, dann ist es möglich, wieder nach oben zu gucken, wo das Licht ist. Wir suchen lange nach einem Betroffenen, der bereit ist, offen vor der Kamera über seine Abhängigkeit zu sprechen. Fündig werden wir auf Föhr, ausgerechnet auf der kleinen Nordseeinsel, wo jeder jeden kennt. Der Mann, mit dem wir verabredet sind, verdient sein Geld auf Märkten wie diesem, mit einer Kreppbude. Friedrich S. ist 50, hatte mal ein gut gehendes Bistro, muss sich aber seit drei Jahren mit diesem Wagen irgendwie über Wasser halten. Wir sind erstaunt, dass er den Mut hat, offen über seine Sexsucht zu sprechen. Nach dem Grund für seine Offenheit gefragt, entgegnet er, er wolle anderen Betroffenen helfen, ihr Verhalten frühzeitig als Sucht zu erkennen. Bei ihm habe es Jahre gedauert. Dankeschön. Also gemerkt habe ich das ganz einfach daran, dass ich in der Bude einen Heulkampf gekriegt habe und die Kunden nicht mehr bedienen konnte. So, das habe ich dann irgendwie den Tag noch gerade hingekriegt und habe dann eben mir überlegt, was tun. Er bekommt seinen Alltag nicht mehr in den Griff. Die Beziehung zu seiner derzeitigen Freundin steht auf der Kippe. Zwei Ehen sind schon gescheitert. Zwei seiner Kinder haben sich von ihm abgewandt. Auch aktuell steht seine Gewerbezulassung auf der Kippe. Vieles habe direkt oder indirekt mit seiner Sucht zu tun, sagt Friedrich. Oft ist er unpünktlich, zahlt Rechnungen und Steuern nicht, hat Phasen, in denen er einfach nicht mehr kann. Statt in der Bude zu stehen, lässt er zu Hause die Rollos runter, vergisst alles andere, versackt vorm PC. Was ich dann irgendwann nicht mehr leuchten konnte, war, dass ich Stunden am Computer verbracht habe und mir Pornos angeguckt habe und versucht habe, mich dabei zu befriedigen. Das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, damit aufzuhören, nachdem ich gemerkt habe oder nachdem mir bewusst geworden ist, welchen Umfang das Ganze angenommen hat. In meiner ganz exzessiven Zeit sind das 30 bis 40 Stunden pro Woche gewesen. Da leidet dann natürlich die Leistungsfähigkeit. Es werden Termine verschlampt. Es ist und bleibt unbefriedigend auf Dauer. Und das ist ja der Knasus-Knaxus an der Geschichte. Zum Suchtmerkmal gehört eben halt auch die Dosissteigerung. Dann wache ich auf und dann denke ich, wo bin ich eigentlich, wie spät ist es, was ist los? Und dann kommt die Erkenntnis, aha, wieder mal richtig abgestürzt. Also ich kann das mit einem Alkoholrausch vergleichen. Ich habe beides gehabt und es ist einfach so. Und das sind wirklich schwerste, zwanghafte Handlungen. Auch wenn wir mittlerweile verstehen, dass das Verlangen nach Sex zwanghafte Züge annehmen kann, so fragen wir uns, ist dies wirklich vergleichbar mit Alkoholsucht, die ja auch den Körper massiv schädigt? Die Befragung, die wir durchgeführt haben, die zeigt ganz deutlich, dass es tatsächlich Betroffene gibt, die die Kriterien der Abhängigkeit und Bezorger für sexuelles Verhalten erfüllen. Und auch unter ihrem sexuellen Verhalten auch leiden. Und auch gerne das exzessive sexuelle Verhalten aufgeben möchten, das aber nicht können. Also es ist ähnlich wie ein Alkoholiker, der da nicht einfach seiner Droge sein lassen kann. Sexsucht und stoffgebundene Süchte, wie die nach Alkohol miteinander gleichzusetzen, unter Therapeuten und Medizinern ist dies allerdings höchst umstritten. Uniklinikum München, psychiatrische Polyklinik. Professor Michael Seuker behandelt hier vor allem Alkoholpatienten. Er ist entschieden dagegen, den Suchtbegriff auf den Bereich Sexualität auszuweiten. Er weiß von der Studie zur Sexsucht, die an der Charité unternommen wurde. Doch exzessive sexuelle Betätigung als Sucht einzuordnen, dies lässt er nicht gelten. Es gibt immer wieder Wellen, wo der Suchtbegriff praktisch inflationär benutzt wird und wo die eigentlichen und sehr schwer verlaufenden Süchte, Alkoholsucht, Drogensucht, auch Medikamentensucht, im Grunde verharmlost werden, indem man alle möglichen anderen Verhaltensweisen als ebenfalls süchtig und damit gleich schwer krankkraftpathologisch charakterisiert, das ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Und man tut dann auch den Alkohol- und Drogensüchtigen im Grunde keinen Gefallen, wenn man jedes Verhaltensmuster, das vielleicht ungewöhnlich ist, dann mit dem Begriff Sucht verbindet. Diese klare Abgrenzung überrascht uns. Immerhin orientiert sich die Studie an der Charité an den von der WHO anerkannten Suchtkriterien. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich über die klassischen stoffgebundenen Süchte spreche. Sicherlich gibt es hier so etwas wie Toleranzsteigerungen, es gibt das Bedürfnis, immer mehr zu erleben, immer mehr zu tun. Das liegt bei vielen Dingen im Menschen drin. Aber trotzdem ist das etwas anderes und auch von der Qualität etwas anderes als bei einer klassischen Suchterkrankung. Insbesondere die Kontrollmöglichkeiten, die Hemmmöglichkeiten, die der Mensch noch hat, sind doch ganz anders ausgeprägt, als wenn hier zum Beispiel eine Heroinsucht vorliegt, wo es schwerste Entzugserscheinungen gibt, Schmerzen, Abstinenzerscheinungen. Das gibt es gerade bei der sogenannten Sexsucht doch eher nicht. Doch auch wenn physische Abhängigkeit bei Friedrich sicher keine Rolle spielt, durch den erlittenen Kontrollverlust über sein Verhalten gerät er in eine schwere Lebenskrise. Zusammengebrochen bin ich, als ich im letzten Jahr, im Sommer, am Montag nach Pfingsten, wo ich mehrfach oder immer wieder vergeblich versucht habe, diese zwanghaften Sachen zu unterlassen. Sprich, nicht vor dem PC zu sitzen, nicht mit dem Magazin auf dem Bett zu liegen, nicht vor dem Videorekorder zu hocken, nicht sexuelle Gedanken zu haben, wo das einfach nicht funktioniert hat. Fakt ist, dass ich gelitten habe wie Hohle. Ich habe Depressionen gehabt, ich habe die aber nicht mit meinem Verhalten sexueller Art in Verbindung gebracht. Aber ich habe so massive Suizidgedanken gehabt Anfang dieses Jahres noch. Nach diesem Tiefpunkt beschließt Friedrich, es muss sich etwas ändern. Er beginnt seine Wohnung zu entseuchen, wie er das nennt, löscht Bilder, kappt seinen Internetanschluss, beseitigt Pornos, vernichtet seine Erotikvideos. Das fast rituelle Entsorgen seiner pornografischen Suchtmittel ist für ihn wie für einen Alkoholiker das Ausschütten seiner Schnapsflaschen, erklärt er uns. Sexualität ist der stärkste Trieb in unserem Leben. Das ist das wirklich Fiese an dieser Sexsuchtgeschichte. Ich persönlich glaube, dass viel mehr Menschen betroffen sind, als wir uns vorstellen können. Und es wird über das Thema ja nicht geredet. Die Frage ist ganz einfach, kann ein Mensch mit Suchtstruktur auch auf Sex abfahren? Natürlich kann er das, wenn überhaupt auf das. Demnächst wird Friedrich eine Therapie beginnen. Er hat sich an eine Klinik gewandt, will endlich mit professioneller Hilfe sein Leben ändern. Wolfsried im Allgäu. Die Hochgradklinik für Psychotherapie ist eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, die Sexsüchtigen Hilfe anbietet. Nach seinen ersten drei Wochen hier dürfen wir Friedrich besuchen. Ich bin unter anderem hier zum Ausnüchtern. Es ist so, dass der Körper seinen eigenen Pegel an körpereigenen Suchtstoffen aufbaut. Ich weiß nicht, ob es Hormone sind. Das hat mich so nicht interessiert. Aber ich muss genauso wie jeder Alkoholiker auch erstmal entgiften und diesen Pegel runterfahren. Und dann muss ich die suchtauslösenden Situationen erkennen lernen. Und das trainiere ich hier. Hierher geführt hat mich die Erkenntnis, dass ich ganz offensichtlich Hilfe brauche. Dass ich das Problem nicht alleine lösen kann. Ein Alkoholiker hat die gleichen Probleme. Ein Drogenabhängiger hat vermutlich noch massivere Probleme. Nur, dass die beiden wahrscheinlich aufgrund des körperlichen Zustandes nicht so lange leben wie ich. Das ist alles. Aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Ich glaube, ein Alkoholiker ist heutzutage ein anerkannter Süchtiger, ein heroinabhängiger auch. Und ein Sexsüchtiger, ich war im Fachkrankenhaus für Süchte, da hat man mit dem Begriff nichts anzufangen gewusst. Spielsucht, ja. Kaufsucht, ja. Esssucht auch. Sexsucht, was ist das denn? Wer hierher kommt, befindet sich sehr häufig in einer akuten Lebenskrise, sagt Dr. Horst Esslinger, der Chefarzt. Ausgelöst werde die durch ganz unterschiedliche psychische Störungen. Wobei Sexsucht ein Krankheitsbild sei, was nur bedingt von den Krankenkassen anerkannt werde. Die Krankenkassen akzeptieren die akute Behandlungsnotwendigkeit, die notwendig ist aufgrund der Störung, die da ist. Das wird akzeptiert. Sie würden es nicht akzeptieren, wenn wir nur draufschreiben würden, Sexsucht. Das würden sie nicht akzeptieren, sondern wir müssen dann deutlich machen, unter welchen Folgen dieser Sexsucht leidet er und ist diese Störung stationär behandlungsnotwendig. Häufig sind es depressive Störungen, die mit Versagen zu tun haben, weil die häusliche, die berufliche, die materielle Situation sehr beeinträchtigt ist, ausweglos ist. Zum Teil sind Leute suizidal, also wollen mit ihrem Leben Schluss machen, weil sie keine Möglichkeit sehen, sie haben vieles versucht. Es ist misslungen, sie haben hohe Schulden, sie haben ihren Ruf ruiniert, ihre Angehörigen verloren, sind völlig isoliert, sind aus einem extrem schlechten Zustand. Auch bei Friedrich hat sich über die Jahre ein Berg von Problemen aufgebaut. So erdrückend, dass er am Ende gar an Selbstmord dachte. Ich bin wirklich reingekommen und habe losgeheult und war so froh, dass ich hier war. Die letzten Wochen waren so ein Hauer zu Hause. Ich habe also wirklich Angst gehabt, dass ich mich noch umbringe, bevor ich herkomme. Und ich denke, das hat was ganz viel mit Scham und mit Schuldgefühlen zu tun. Oft liegen die Gründe für die Entwicklung einer solchen Sucht in der Biografie des Patienten, erklärt Horst Esslinger. Schmerzhafte Erlebnisse von Missbrauch und Grenzüberschreitung in der Kindheit, die sich später als emotionale Leere, als Nicht-Zulassen von Gefühlen bemerkbar machten. Das ist für alle Menschen, die gelernt haben, ihre Gefühle zu kontrollieren, abzuschalten, nicht zuzulassen, Angst davor haben und die Kraft, die in ihren Emotionen steckt, wieder kennenzulernen. Und das ist für Sexwicht natürlich entscheidend. Was passiert dann hier auf den Matten? Die Matten sind dazu da, dass jemand im emotionalen Prozess sein kann, ohne sich zu verletzen. Manche brauchen lange Zeit oder schlagen um sich. Und es ist die Möglichkeit, dass jemand in ihrem engen Körperkontakt sie hält und für sie da ist, sie begleiten kann. Und dafür sind die Matten da, dass man sich am Boden nicht verletzt. Den Gefühlen unkontrolliert ihren Lauf zu lassen. Angst, Wut, Schmerz und Freude wieder auszudrücken. Das sind die Ziele. Die Patienten sollen hier die Fähigkeit zum Empfinden wieder neu lernen, anstatt im schnellen, süchtigen Kick zu versinken. Bei dieser Therapiestunde auf den Matten kommen auch bei Friedrich Erinnerungen hoch. Erinnerungen an Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit. Erfahrungen, die ihn offensichtlich traumatisiert haben. Schon seit langem war Friedrich Stück für Stück immer ein wenig mehr aus der Bahn geraten. Damit sein Leben wieder ins Lot kommt, gibt es hier an der Klinik von morgens bis abends einen engen Zeitplan. Eingefahrene und zerstörerische Gewohnheiten sollen so durchbrochen werden. Körperliche Bewegung, Gruppentreffen oder auch Musiktherapie sollen die Patienten zur Konzentration auf sich und ihre Situation bringen. Ich habe ziemlich mit Verlassenheitsängsten zu kämpfen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, wie es mit dem Geld weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich die Wohnung halten kann. Acht Wochen wird Friedrich in der Hochgradklinik bleiben. Danach muss sich das neu gelernte Lebenskonzept im Alltag bewähren. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Erfolgsquote der Klinik liegt bei 70 Prozent. Friedrich hofft, am Ende des Klinikaufenthaltes, auch durch Meditieren und Beten, eine innere Balance wiedergefunden zu haben. Ich muss mir vergeben können, was ich getan habe. Das ist der schwierigste Schritt, glaube ich. Das hat ja auch was mit Spiritualität zu tun. Das hat was mit Annehmen. Ich muss selber annehmen können, was ich getan habe. Ich muss quasi über mein Schuldgefühl darüber hinaus wachsen. Das sich vergeben können, bezieht sich auch auf sein sexuell forderndes Verhalten in Beziehungen. Gerne hätten wir Friedrichs Lebensgefährtin dazu befragt, wie das ist, mit einem sexsüchtigen Partner leben. Sie sagt uns erst ein Interview zu, entscheidet sich dann aber kurzfristig um. Wir treffen uns darum noch einmal mit Tina S., der Betreiberin des Forums sexsuchthilfe.de. Ihr Engagement für Sexsüchtige und insbesondere auch deren Partner hat ja einen speziellen Hintergrund, wie wir bei unserem letzten Besuch erfahren haben. Ihr Ex-Mann ist sexsüchtig, hat sie über Jahre hin kaum angerührt. Für ihn war der ständig verfügbare Sex im Internet und am Telefon interessanter. Oft mehrmals täglich. Tina fühlte sich verachtet und entwürdigt. Einmal sind die Gefühle, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht Frau, ich bin anders als andere, weil sonst würde er mich nicht so behandeln. Man fühlt sich missachtet, man fühlt sich minderwertig und dann wird man wütend. Wobei ich mich nicht als Opfer sehe, sondern auch als Täterin gegen mich selber. Ich hätte also viel früher diese Anzeichen werten müssen. Und Sexsucht aus meiner Sicht heute ist nicht nur das Internet surfen, das Telefonieren, das ständige Wichsen, das Vergessen von allem, was man zum Leben braucht. Sondern Sexsucht ist auch emotionales Sterben und zwar stückweise. Ich hätte bei den ersten Anzeichen, bei der ersten Erniedrigung, beim ersten Missachten meiner Person, bei der ersten Gewalt für mich die Entscheidung treffen müssen zu gehen. Und ich kann auch so vielen Frauen einfach nur sagen, geht. Diese Menschen müssen selber den ersten Schritt aus der Sucht rausgehen wollen. Man kann sie an die Hand nehmen, aber man kann sie nicht ziehen. Sie müssen den Schritt schon selber gehen wollen. Dass sie sich nicht früher getrennt hat und ihre Kinder in einer Suchtfamilie groß werden mussten, das schmerzt sie bis heute. Einige Wochen später. Wir treffen Friedrich auf dem Rückweg von der Hochgradklinik. Er ist gespannt, ob er sich auch im Alltag von den Zwängen seiner Sucht befreien kann. Dies wird auch entscheidend sein für eine gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin. Wenn wir miteinander verkehren, ist es jetzt zwanghaft oder zwanglos. Das belastet schon die Beziehung. Und ich weiß, dass der Suchtdruck bei mir fast komplett weg ist. Also ich merke schon, wenn was, was ich jetzt mal im Fernsehen was sehe oder wenn ich irgendwie an jemandem vorbeigehe, der sehr leicht begleitet ist oder so, dass ich hingucke. Aber früher wäre das also wirklich so gewesen, dass ich dann irgendwie, wenn ich nach Hause gekommen wäre, so als erstes den PC angesteuert hätte. Und ich habe einfach das Bedürfnis jetzt gar nicht. Und der Knackpunkt wird eben wirklich sein, wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum alleine bin. Wenn sie wieder nach Hause fährt und wir uns zwei, drei oder vier Wochen nicht sehen, wie sieht es dann aus? Und das kann ich halt eben jetzt noch nicht sagen. Auf uns wirkt Friedrich deutlich unbeschwerter, ausgeglichener als vor seiner Therapie. Aber wie bei jeder Sucht gibt es auch bei Sexsucht die Gefahr des Rückfalls. Was ist normal? Und was ist zwanghaft? Diese Grenze wird Friedrich künftig genau unterscheiden müssen. Wichtig ist es, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Friedrich macht sich einen genauen Plan, damit er möglichst wenig Chancen hat, wieder vor Internetpornos zu versacken. Er muttert seine Kreppbude aus, auch um endlich wieder etwas Geld zu verdienen. Der Einkauf für die ersten Zutaten läuft noch auf Pump. Situationen und Reize, die einen Rückfall begünstigen, gibt es an jeder Ecke. Sogar im Supermarkt. Ja, man guckt, oder ich gucke halt hin, so wie auch, dann merke ich es und dann gehe ich weiter und gucke weg. Weil im Prinzip weiß ich, in dem Moment kommt die kleine Glocke im Kopf, aha, Suchtmittel und gleich weitergehen. Gar nicht erst stehen bleiben, gar nicht erst gucken, weil stehen bleiben und gucken, da sind wir dann beim Gucken und Rausziehen und Blättern und dann sind wir schon wieder drauf. Sich dem Sog von pornografischem Material zu entziehen, ist für gefährdete Menschen wie Friedrich schwieriger geworden. Die Verbreitung von Filmen und Bildern, vor allem durch das Internet, ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Die Umsätze der Sexindustrie sind gewaltig, gehen in die Milliarden. Ihre Produkte sind bequem, überall zu haben und sie versprechen immer schriller den ultimativen Kick, die völlige Ekstase. Berlin-Weißensee. In einem Hinterhof-Club haben wir Nathalie noch einmal getroffen. 100 Männer, eine Frau. Nathalie passt bestens in das Klischee von der unersättlichen Nymphomanin. Stoff für Männerfantasien. Doch mit Sexsucht hat dies nichts zu tun. Dass ihr das wirklich Spaß macht, bleibt uns ein Rätsel, auch in Anbetracht der Gäste, die sich hier nach und nach versammeln. Und bei Nathalie klingt es auch mehr nach Job und harter Arbeit als nach Vergnügen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Und die Swingers gehen nicht. Also ich denke mal, so drei, vier Stunden werden wir bestimmt raufen. Wir haben ja Pausen zwischendrin und es klappt schon. Hier wird die Orgie gleich stattfinden. Sich begehrt zu fühlen, das sei ein wichtiges Motiv für sie, sagt Nathalie. Ich finde es sehr schön, dass mich alle Männer irgendwo geil finden, sonst wären sie nicht da. Aber wirklich süchtig sein, das hat viel mehr mit Selbstzerstörung und Maßlosigkeit zu tun als mit allem anderen. Und dagegen anzukommen, das kostet viel Disziplin, wie Susanne weiß. Aber sie will es schaffen. Es ist wirklich eine Gratwanderung zwischen Himmel und Hölle. Und in der Hölle der Sexsucht zu sein, nein. Das vernichtet das ganze Potenzial, was Menschen so ausmacht. Alles Fröhlichkeit, Lebensfreude. Ja, ich mache jetzt ja Therapie. Und ich muss schauen, dass ich das Maß aller Dinge lerne. Den Mittelweg, einen vernünftigen Umgang. Ein halbes Jahr nach seiner Entlassung aus der Klinik besuchen wir Friedrich ein letztes Mal. Er hat jetzt einen Stand auf einem Markt in Kiel. Ihm ist es ergangen wie vielen anderen, die einen Weg aus der Sucht suchen. Die letzten Monate waren nicht ohne Rückfälle. Auch natürlich Rückfälle in Gebrauch von Pornografie und von Onali, aber lange nicht so viel wie vorher, sag ich mal so. Also die Verbesserung besteht darin, dass ich eindeutig, ganz eindeutig weniger Sucht verhalten habe. Und dass es mich nicht mehr depressiv macht. Also die Suizidgedanken sind nicht mehr da, die Depressionen sind weg. Und ich sehe meine Situation deutlich klarer als vorher. Das gibt ja den Spruch, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Das ist süchtiges Verhalten. Süchtiges Verhalten auf dem Feld der Sexualität. Es gibt Fachleute, die sagen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Und die Zahl der Betroffenen in den nächsten Jahren noch steigen wird. Auch wenn viele Mediziner und Wissenschaftler sich schwer tun, dem Phänomen das Etikett Sucht zu verpassen, diejenigen, die darunter leiden, die gibt es. Wobei ich mich nicht als Opfer sehe, sondern auch als Täterin gegen mich selber. Ich hätte also viel früher diese Anzeichen werten müssen. Und Sexsucht aus meiner Sicht heute ist nicht nur das Internet surfen, das Telefonieren, das ständige Wichsen, das Vergessen von allem, was man zum Leben braucht, sondern Sexsucht ist auch emotionales Sterben, und zwar stückweise. Ich hätte bei den ersten Anzeichen, bei der ersten Erniedrigung, beim ersten Missachten meiner Person, bei der ersten Gewalt für mich die Entscheidung treffen müssen zu gehen. Und ich kann auch so vielen Frauen einfach nur sagen, geht. Diese Menschen müssen selber den ersten Schritt aus der Sucht rausgehen wollen. Man kann sie an die Hand nehmen, aber man kann sie nicht ziehen. Sie müssen den Schritt schon selber gehen wollen. Dass sie sich nicht früher getrennt hat und ihre Kinder in einer Suchtfamilie groß werden mussten, das schmerzt sie bis heute. Einige Wochen später. Wir treffen Friedrich auf dem Rückweg von der Hochgradklinik. Er ist gespannt, ob er sich auch im Alltag von den Zwängen seiner Sucht befreien kann. Dies wird auch entscheidend sein für eine gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin. Wenn wir miteinander verkehren, ist es jetzt zwanghaft oder zwanglos. Das belastet schon die Beziehung. Und ich weiß, dass der Suchtdruck bei mir fast komplett weg ist. Also ich merke schon, wenn was, was ich jetzt mal im Fernsehen was sehe, oder wenn ich irgendwie an jemandem vorbeigehe, der sehr leicht begleitet ist oder so, dass ich hingucke. Aber früher wäre das also wirklich so gewesen, dass ich dann irgendwie, wenn ich nach Hause gekommen wäre, so als erstes den PC angesteuert hätte. Und ich habe einfach das Bedürfnis jetzt gar nicht. Und der Knackpunkt wird eben wirklich sein, wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum alleine bin. Wenn sie wieder nach Hause fährt und wir uns zwei, drei oder vier Wochen nicht sehen, wie sieht es dann aus? Das kann ich halt eben jetzt noch nicht sagen. Auf uns wirkt Friedrich deutlich unbeschwerter, ausgeglichener als vor seiner Therapie. Aber wie bei jeder Sucht gibt es auch bei Sexsucht die Gefahr des Rückfalls. Was ist normal? Und was ist zwanghaft? Diese Grenze wird Friedrich künftig genau unterscheiden müssen. Wichtig ist es, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Friedrich macht sich einen genauen Plan, damit er möglichst wenig Chancen hat, wieder vor Internetpornos zu versacken. Er muttet seine Kreppbude aus, auch um endlich wieder etwas Geld zu verdienen. Der Einkauf für die ersten Zutaten läuft noch auf Pump. Situationen und Reize, die einen Rückfall begünstigen, gibt es an jeder Ecke. Sogar im Supermarkt. Ja, man guckt, oder ich gucke halt hin, so wie auch, dann merke ich es und dann gehe ich weiter und gucke weg, weil im Prinzip weiß ich, in dem Moment kommt die kleine Glocke im Kopf, aha, Suchtmittel und gleich weitergehen. Gar nicht erst stehen bleiben, gar nicht erst. Ich hätte kein Interesse daran gehabt, mich frei zu schwimmen. Und das tut auch noch weh. Sehr weh. Erst wenn man selber kapituliert, dann ist es möglich, wieder nach oben zu gucken, wo das Licht ist. Wir suchen lange nach einem Betroffenen, der bereit ist, offen vor der Kamera über seine Abhängigkeit zu sprechen. Fündig werden wir auf Föhr, ausgerechnet auf der kleinen Nordseeinsel, wo jeder jeden kennt. Der Mann, mit dem wir verabredet sind, verdient sein Geld auf Märkten wie diesem, mit einer Kreppbude. Friedrich S. ist 50, hatte mal ein gut gehendes Bistro, muss sich aber seit drei Jahren mit diesem Wagen irgendwie über Wasser halten. Wir sind erstaunt, dass er den Mut hat, offen über seine Sexsucht zu sprechen. Nach dem Grund für seine Offenheit gefragt, entgegnet er, er wolle anderen Betroffenen helfen, ihr Verhalten frühzeitig als Sucht zu erkennen. Bei ihm habe es Jahre gedauert. Dankeschön. Also gemerkt habe ich das ganz einfach daran, dass ich in der Bude einen Heulkampf gekriegt habe und die Kunden nicht mehr mit ihm kam. So, das habe ich dann irgendwie den Tag noch gerade hingekriegt und habe dann eben mir überlegt, was zu tun. Er bekommt seinen Alltag nicht mehr in den Griff. Die Beziehung zu seiner derzeitigen Freundin steht auf der Kippe. Zwei Ehen sind schon gescheitert. Zwei seiner Kinder haben sich von ihm abgewandt. Auch aktuell steht seine Gewerbezulassung auf der Kippe. Vieles habe direkt oder indirekt mit seiner Sucht zu tun, sagt Friedrich. Oft ist er unpünktlich, zahlt Rechnungen und Steuern nicht, hat Phasen, in denen er einfach nicht mehr kann. Statt in der Bude zu stehen, lässt er zu Hause die Rollos runter, vergisst alles andere, versackt vorm PC. Was ich dann irgendwann nicht mehr leuchten konnte, war, dass ich Stunden am Computer verbracht habe und mir Pornos angeguckt habe und versucht habe, mich dabei zu befriedigen. Das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, damit aufzuhören, nachdem ich gemerkt habe oder nachdem mir bewusst geworden ist, welchen Umfang das Ganze angenommen hat. In meiner ganz exzessiven Zeit sind das 30 bis 40 Stunden pro Woche gewesen. Da leidet dann natürlich die Leistungsfähigkeit, es werden Termine verschlampt, es ist und bleibt unbefriedigend auf Dauer. Und das ist ja der Knasus-Knaxus an der Geschichte. Zum Suchtmerkmal gehört eben halt auch die Dosissteigerung. Dann wache ich auf und dann denke ich, wo bin ich eigentlich, wie spät ist es, was ist los? Und dann kommt die Erkenntnis, aha, wieder mal richtig abgestürzt. Also ich kann es mit einem Alkoholrausch vergleichen, ich habe beides gehabt. Auch aktuell steht seine Gewerbezulassung auf der Kippe. Vieles habe direkt oder indirekt mit seiner Sucht zu tun, sagt Friedrich. Oft ist er unpünktlich, zahlt Rechnungen und Steuern nicht, hat Phasen, in denen er einfach nicht mehr kann. Statt in der Bude zu stehen, lässt er zu Hause die Rollos runter, vergisst alles andere, versackt vorm PC. Was ich dann irgendwann nicht mehr leuchten konnte, war, dass ich Stunden am Computer verbracht habe und mir Pornos angeguckt habe und versucht habe, mich dabei zu befriedigen. Das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, damit aufzuhören, nachdem ich gemerkt habe oder nachdem mir bewusst geworden ist, welchen Umfang das Ganze angenommen hat. In meiner ganz exzessiven Zeit sind das 30 bis 40 Stunden pro Woche gewesen. Da leidet dann natürlich die Leistungsfähigkeit, es werden Termine verschlampt. Es ist und bleibt unbefriedigend auf Dauer. Und das ist ja der Knasus-Knaxus an der Geschichte. Zum Suchtmerkmal gehört eben halt auch die Dosissteigerung. Und dann wache ich auf und dann denke ich, wo bin ich eigentlich, wie spät ist es, was ist los? Und dann kommt die Erkenntnis, aha, wieder mal richtig abgestürzt. Also ich kann das mit dem Alkoholrausch vergleichen, ich habe beides gehabt und es ist einfach so. Und das sind wirklich schwerste, zwanghafte Handlungen. Auch wenn wir mittlerweile verstehen, dass das Verlangen nach Sex zwanghafte Züge annehmen kann, so fragen wir uns, ist dies wirklich vergleichbar mit Alkoholsucht, die ja auch den Körper massiv schädigt? Die Befragung, die wir durchgeführt haben, die zeigt ganz deutlich, dass es tatsächlich Betroffene gibt, die die Kriterien der Abhängigkeit im Bezug auf ihr sexuelles Verhalten erfüllen. Und auch unter ihrem sexuellen Verhalten auch leiden. Und auch gerne das exzessive sexuelle Verhalten aufgeben möchten, das aber nicht können. Also es ist ähnlich wie ein Alkoholiker, der da nicht einfach seiner Droge sein lassen kann. Sexsucht und stoffgebundene Süchte, wie die nach Alkohol miteinander gleichzusetzen, unter Therapeuten und Medizinern ist dies allerdings höchst umstritten. Uniklinikum München, psychiatrische Polyklinik. Professor Michael Seuker behandelt hier vor allem Alkoholpatienten. Er ist entschieden dagegen, den Suchtbegriff auf den Bereich Sexualität auszuweiten. Er weiß von der Studie zur Sexsucht, die an der Charité unternommen wurde. Doch exzessive sexuelle Betätigung als Sucht einzuordnen, dies lässt er nicht gelten. Es gibt immer wieder Wellen, wo der Suchtbegriff praktisch inflationär benutzt wird. Und wo die eigentlichen und sehr schwer verlaufenden Süchte, Alkoholsucht, Drogensucht, auch Medikamentensucht, im Grunde verharmlost werden, indem man alle möglichen anderen Verhaltensweisen als ebenfalls süchtig und damit gleich schwer krankhaft pathologisch charakterisiert. Das ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Und man tut dann auch den Alkohol- und Drogensüchtigen im Grunde keinen Gefahren, wenn man jedes Verhaltensmuster, das vielleicht ungewöhnlich ist, dann mit dem Begriff Sucht verbindet. Diese klare Abgrenzung überrascht uns. Immerhin orientiert sich die Studie an der Charité an den von der WHO anerkannten Suchtkriterien. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich über die... Wenn ich meine Kinder nicht gehabt hätte, ich hätte kein Interesse daran gehabt, mich freizuschwimmen. Und das tut auch noch weh. Sehr weh. Erst wenn man selber kapituliert, dann... ist es möglich, wieder nach oben zu gucken, wo das Licht ist. Wir suchen lange nach einem Betroffenen, der bereit ist, offen vor der Kamera über seine Abhängigkeit zu sprechen. Fündig werden wir auf Föhr, ausgerechnet auf der kleinen Nordseeinsel, wo jeder jeden kennt. Der Mann, mit dem wir verabredet sind, verdient sein Geld auf Märkten wie diesem, mit einer Kreppbude. Friedrich S. ist 50, hatte mal ein gut gehendes Bistro, muss sich aber seit drei Jahren mit diesem Wagen irgendwie über Wasser halten. Wir sind erstaunt, dass er den Mut hat, offen über seine Sexsucht zu sprechen. Nach dem Grund für seine Offenheit gefragt, entgegnet er, er wolle anderen Betroffenen helfen, ihr Verhalten frühzeitig als Sucht zu erkennen. Bei ihm habe es Jahre gedauert. Dankeschön. Also gemerkt habe ich das ganz einfach daran, dass ich in der Bude einen Heulkampf gekriegt habe und die Kunden nicht mehr mit ihm kam. So. Das habe ich dann irgendwie den Tag noch gerade hingekriegt. Und habe dann eben mir überlegt, was zu tun. Er bekommt seinen Alltag nicht mehr in den Griff. Die Beziehung zu seiner derzeitigen Freundin steht auf der Kippe. Zwei Ehen sind schon gescheitert. Zwei seiner Kinder haben sich von ihm abgewandt. Auch aktuell steht seine Gewerbezulassung auf der Kippe. Vieles habe direkt oder indirekt mit seiner Sucht zu tun, sagt Friedrich. Oft ist er unpünktlich, zahlt Rechnungen und Steuern nicht, hat Phasen, in denen er einfach nicht mehr kann. Statt in der Bude zu stehen, lässt er zu Hause die Rollos runter, vergisst alles andere, versackt vorm PC. Was ich dann irgendwann nicht mehr leuchten konnte, war, dass ich Stunden am Computer verbracht habe und mir Pornos angeguckt habe und versucht habe, mich dabei zu befriedigen. Das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, damit aufzuhören, nachdem ich gemerkt habe, oder nachdem mir bewusst geworden ist, welchen Umfang das Ganze angenommen hat. In meiner ganz exzessiven Zeit sind das 30 bis 40 Stunden pro Woche gewesen. Und da leidet dann natürlich die Leistungsfähigkeit. Es werden Termine verschlampt. Es ist und bleibt unbefriedigend auf Dauer. Und das ist ja der Knasus-Knaxus an der Geschichte. Zum Suchtmerkmal gehört eben halt auch die Dosissteigerung. Dann wache ich auf und dann denke ich, wo bin ich eigentlich, wie spät ist es, was ist los? Und dann kommt die Erkenntnis, aha, wieder mal richtig abgestürzt. Woran merke ich es? Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich betroffen sind, darüber gibt es nur Spekulationen. Ein Fachautor spricht von 500.000 Betroffenen. Andere wagen aufgrund der hohen Dunkelziffer keine Schätzungen. Auf jeden Fall scheint es Bedarf an anonymen Austausch zu diesem Thema zu geben. Etwa ein Treffen von Selbsthilfegruppen. In den vergangenen Jahren haben sich überall in Deutschland an die 100 davon gegründet. Viele davon gehören zu den anonymen Sex- und Liebessüchtigen, SLAA. Das Vorbild kommt aus den USA. Grundlage ist das Erfolgskonzept der anonymen Alkoholiker. Filmen durften wir während der Meetings nicht. Die Wahrung der Anonymität ist oberstes Gebot. Die Effektivität solcher Selbsthilfegruppen ist unter Fachleuten unumstritten. Viele halten sie für die einzige Chance, den Absprung dauerhaft zu schaffen. Zurück bei Susanne. Sie kam mit ihrer Selbsthilfegruppe nicht klar. Zunächst hat sie allein versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dann holte sie sich Hilfe bei einem Therapeuten. Die Abhängigkeit von ihrem Telefonpartner hatte sie zuletzt als zerstörerisch empfunden und den Kontakt mit ihm abgebrochen. Also diese bestimmte Sexualität habe ich versucht, durch Selbstbefriedigung alleine zu ersetzen. Und je öfter ich es versucht habe, desto dreckiger ging es mir. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, das kann es nicht sein. Ich muss gucken, dass ich meine Autonomie wiederfinde und totale Abstinenz praktiziere. Es hat weh getan, dieser Entzug, sehr weh. Das ist jetzt über zwei Jahre her und was sich einmal da eingebrannt hat, das geht so leicht nicht mehr daraus. Wie gesagt, ich bin jetzt schon zwei Jahre auf Entzug und es ist immer noch nicht weg. Weder die extremen Gedanken, noch hin und wieder mal das Begehren, die Sexualität wieder leben zu dürfen. Aber ich weiß ganz genau, ein einziges Mal rückfällig werden und ich gehöre der Katzen. Das süchtige sexuelle Verlangen, ist es vielleicht Symptom eines umfassenderen Persönlichkeitsproblems? Gibt es überhaupt objektive Kriterien für die Diagnose Sexsucht? Wir fahren nach Berlin zur Jahrestagung der DHS, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Die Dachorganisation der meisten deutschen Suchtberatungsstellen widmet sich vor allem den klassischen stoffgebundenen Süchten. Alkohol, Nikotin und Medikamentenmissbrauch. Zum Thema Sexsucht äußert man sich hier zurückhaltend. Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Ist alles das, was es an menschlichen Verhaltensweisen gibt, kann alles süchtig entarten? Oder ist es doch eine menschliche Haltung, auf die auch mit anderen Interventionen reagiert werden muss? Das heißt also, ich bin kein Vertreter dafür, dass er sagt, alles ist Sucht. Sexsucht. So richtig klar ist sich die DHS noch nicht darüber, ob sie auch dafür zuständig ist. So unser Eindruck. Jedenfalls wird das Thema in den Jahrbüchern der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen noch nicht einmal erwähnt. Insgesamt spärlich ist in Deutschland die Forschung zu den nichtstoffgebundenen Süchten wie Kauf, Spiel oder eben Sexsucht. Diese sind freilich auch deutlich schwerer als Forschungsgegenstand von normalem Verhalten abzugrenzen. Nach einem Betroffenen, der bereit ist, offen vor der Kamera über seine Abhängigkeit zu sprechen. Fündig werden wir auf Föhr, ausgerechnet auf der kleinen Nordseeinsel, wo jeder jeden kennt. Der Mann, mit dem wir verabredet sind, verdient sein Geld auf Märkten wie diesem, mit einer Kreppbude. Friedrich S. ist 50, hatte mal ein gut gehendes Bistro, muss sich aber seit drei Jahren mit diesem Wagen irgendwie über Wasser halten. Wir sind erstaunt, dass er den Mut hat, offen über seine Sexsucht zu sprechen. Nach dem Grund für seine Offenheit gefragt, entgegnet er, er wolle anderen Betroffenen helfen, ihr Verhalten frühzeitig als Sucht zu erkennen. Bei ihm habe es Jahre gedauert. Dankeschön. Also gemerkt habe ich das ganz einfach daran, dass ich in der Bude einen Heulkampf gekriegt habe und die Kunden nicht mehr bedienen konnte. So, das habe ich dann irgendwie den Tag noch gerade hingekriegt und habe dann eben mir überlegt, was tun. Er bekommt seinen Alltag nicht mehr in den Griff. Die Beziehung zu seiner derzeitigen Freundin steht auf der Kippe. Zwei Ehen sind schon gescheitert. Zwei seiner Kinder haben sich von ihm abgewandt. Auch aktuell steht seine Gewerbezulassung auf der Kippe. Vieles habe direkt oder indirekt mit seiner Sucht zu tun, sagt Friedrich. Oft ist er unpünktlich, zahlt Rechnungen und Steuern nicht, hat Phasen, in denen er einfach nicht mehr kann. Statt in der Bude zu stehen, lässt er zu Hause die Rollos runter, vergisst alles andere, versackt vorhanden. Was ich dann irgendwann nicht mehr leuchten konnte, war, dass ich Stunden am Computer verbracht habe und mir Pornos angeguckt habe und versucht habe, mich dabei zu befriedigen. Das Problem war ganz einfach, dass ich versucht habe, damit aufzuhören, nachdem ich gemerkt habe oder nachdem mir bewusst geworden ist, welchen Umfang das Ganze angenommen hat. In meiner ganz exzessiven Zeit sind das 30 bis 40 Stunden pro Woche gewesen. Da leidet dann natürlich die Leistungsfähigkeit. Es werden Termine verschlampt. Es ist und bleibt unbefriedigend auf Dauer. Und das ist ja der Knasus-Knaxus an der Geschichte. Zum Suchtmerkmal gehört eben halt auch die Dosissteigerung. Und dann wache ich auf und dann denke ich, wo bin ich eigentlich, wie spät ist es, was ist los? Und dann kommt die Erkenntnis, aha, wieder mal richtig abgestürzt. Also ich kann das mit dem Alkoholrausch vergleichen. Ich habe beides gehabt und es ist einfach so. Und das sind wirklich schwerste, zwanghafte Handlungen. Auch wenn wir mittlerweile verstehen, dass das Verlangen nach Sex zwanghafte Züge annehmen kann, so fragen wir uns, ist dies wirklich vergleichbar mit Alkoholsucht, die ja auch den Körper massiv schädigt? Die Befragung, die wir durchgeführt haben, die zeigt ganz deutlich, dass es tatsächlich Betroffene gibt, die die Kriterien der Abhängigkeiten bezorgen für sexuelles Verhalten erfüllen. Und auch unter ihrem sexuellen Verhalten auch leiden. Und auch gerne das exzessive sexuelle Verhalten aufgeben möchten, das aber nicht können. Also es ist ähnlich wie ein Alkoholiker, der da nicht einfach seine Droge sein lassen kann. Immer wieder Wellen, wo der Suchtbegriff praktisch inflationär benutzt wird und wo die eigentlichen und sehr schwer verlaufenden Süchte, Alkoholsucht, Drogensucht, auch Medikamentensucht, im Grunde verharmlost werden, indem man alle möglichen anderen Verhaltensweisen als ebenfalls süchtig und damit gleich schwer krankhaft pathologisch charakterisiert. Das ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Man tut dann auch den Alkohol- und Drogensüchtigen im Grunde keinen Gefallen, wenn man jedes Verhaltensmuster, das vielleicht ungewöhnlich ist, dann mit dem Begriff Sucht verbindet. Diese klare Abgrenzung überrascht uns. Immerhin orientiert sich die Studie an der Charité an den von der WHO anerkannten Suchtkriterien. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich über die klassischen stoffgebundenen Süchte spreche. Sicherlich gibt es hier so etwas wie Toleranzsteigerungen, es gibt das Bedürfnis, immer mehr zu erleben, immer mehr zu tun. Das liegt bei vielen Dingen im Menschen drin. Aber trotzdem ist das etwas anderes und auch von der Qualität etwas anderes als bei einer klassischen Suchterkrankung. Insbesondere die Kontrollmöglichkeiten, die Hemmmöglichkeiten, die der Mensch noch hat, sind doch ganz anders ausgeprägt, als wenn hier zum Beispiel eine Heroinsucht vorliegt, wo es schwerste Entzugserscheinungen gibt, Schmerzen, Abstinenzerscheinungen. Das gibt es gerade bei der sogenannten Sexsucht doch eher nicht. Doch auch wenn physische Abhängigkeit bei Friedrich sicher keine Rolle spielt, durch den erlittenen Kontrollverlust über sein Verhalten gerät er in eine schwere Lebenskrise. Zusammengebrochen bin ich, als ich im letzten Jahr, im Sommer, am Montag nach Pfingsten, wo ich mehrfach oder immer wieder vergeblich versucht habe, diese zwanghaften Sachen zu unterlassen. Sprich, nicht vor dem PC zu sitzen, nicht mit dem Magazin auf dem Bett zu liegen, nicht vor dem Videorekorder zu hocken, nicht sexuelle Gedanken zu haben, wo das einfach nicht funktioniert hat. Fakt ist, dass ich gelitten habe wie Hohle. Ich habe Depressionen gehabt, ich habe die aber nicht mit meinem Verhalten sexueller Art in Verbindung gebracht. Aber ich habe so massive Suizidgedanken gehabt Anfang dieses Jahres noch. Nach diesem Tiefpunkt beschließt Friedrich, es muss sich etwas ändern. Er beginnt seine Wohnung zu entseuchen, wie er das nennt, löscht Bilder, kappt seinen Internetanschluss, beseitigt Pornos, vernichtet seine Erotik-Videos. Das fast rituelle Entsorgen seiner pornografischen Suchtmittel ist für ihn wie für einen Alkoholiker das Ausschütten seiner Schnapsflaschen, erklärt er uns. Sexualität ist der stärkste Trieb in unserem Leben. Das ist das wirklich Fiese an dieser Sexsuchtgeschichte. Ich persönlich glaube, dass viel mehr Menschen betroffen sind, als wir uns vorstellen können. Und es wird über das Thema ja nicht geredet. Die Frage ist ganz einfach, kann ein Mensch mit Zuchtstruktur auch auf Sex abfahren? Natürlich kann er das, wenn überhaupt auf das. Demnächst wird Friedrich eine Therapie beginnen. Er hat sich an eine Klinik gewandt, will endlich mit professioneller Hilfe sein, verfügbares Sex im Internet und am Telefon interessanter. Oft mehrmals täglich. Tina fühlte sich verachtet und entwürdigt. Einmal sind die Gefühle, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht Frau, ich bin anders als andere, weil sonst würde er mich nicht so behandeln. Man fühlt sich missachtet, man fühlt sich minderwertig und dann wird man wütend. Sexsucht, wobei ich mich nicht als Opfer sehe, sondern auch als Täterin gegen mich selber. Ich hätte also viel früher diese Anzeichen werten müssen. Und Sexsucht aus meiner Sicht heute ist nicht nur das Internet surfen, das Telefonieren, sondern das ständige Wichsen, das Vergessen von allem, was man zum Leben braucht, sondern Sexsucht ist auch emotionales Sterben und zwar stückweise. Ich hätte bei den ersten Anzeichen, bei der ersten Erniedrigung, beim ersten Missachten meiner Person, bei der ersten Gewalt für mich die Entscheidung treffen müssen zu gehen. Und ich kann auch so vielen Frauen einfach nur sagen, geht. Diese Menschen müssen selber den ersten Schritt aus der Sucht rausgehen wollen. Man kann sie an die Hand nehmen, aber man kann sie nicht ziehen. Sie müssen den Schritt schon selber gehen wollen. Dass sie sich nicht früher getrennt hat und ihre Kinder in einer Suchtfamilie groß werden mussten, das schmerzt sie bis heute. Einige Wochen später. Wir treffen Friedrich auf dem Rückweg von der Hochgradklinik. Er ist gespannt, ob er sich auch im Alltag von den Zwängen seiner Sucht befreien kann. Dies wird auch entscheidend sein für eine gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin. Wenn wir miteinander verkehren, ist es jetzt zwanghaft oder zwanglos. Das belastet schon die Beziehung. Und ich weiß, dass der Suchtdruck bei mir fast komplett weg ist. Also ich merke schon, wenn was ich jetzt mal im Fernsehen was sehe oder wenn ich irgendwie an jemandem vorbeigehe, der sehr leicht begleitet ist oder so, dass ich hingucke. Aber früher wäre das also wirklich so gewesen, dass ich dann irgendwie, wenn ich nach Hause gekommen wäre, so als erstes den PC angesteuert hätte. Und ich habe einfach das Bedürfnis jetzt gar nicht. Und der Knackpunkt wird eben wirklich sein, wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum alleine bin. Wenn sie wieder nach Hause fährt und wir uns zwei, drei oder vier Wochen nicht sehen, wie sieht es dann aus? Und das kann ich halt eben jetzt noch nicht sagen. Auf uns wirkt Friedrich deutlich unbeschwerter, ausgeglichener als vor seiner Therapie. Aber wie bei jeder Sucht gibt es auch bei Sexsucht die Gefahr des Rückfalls. Was ist normal und was ist zwanghaft? Diese Grenze wird Friedrich künftig genau unterscheiden müssen. Wichtig ist es, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Friedrich macht sich einen genauen Plan, damit er möglichst wenig Chancen hat, wieder vor Internetpornos zu versacken. Wohin ist es, ein wenig Chancen hat. Der Alkohol ist die Gefahr der Durch Ándel.